ich gucke mich extra noch um nicht dass auf einmal weiß ich nicht dass ich über wie eine überraschung erlebe weil man kann nie verursichtlich genug sein dort ganz schön lange weiß ich nicht derweil kann ich ja ich was nachgucken was auf Wobei, da muss ich eben hier Rising World Wiki nachschauen, also ganz ehrlich, was hat das jetzt für eine, ähm Mhm Aha, na endlich Hm Ich krieg noch irgendwie noch nix heraus Na gut Da halt eben nicht ein anderes Mal nachgeschaut Zeit weiterhin meiner Arbeit nachzugehen, Holz zu fällen und Steine zu kloppen Oh hey Na wo rollen denn all die Baumstämme hin? Mä? Hallo? Da oben Ah ja Setzchen gefunden und da haben wir Eisen Wie es ausschaut Oh Spring Super Idee hier Und Und Schuss Toll Toll Ach Ah. Da bauen wir eins auf. Da bauen wir eins auf. Und da oben auch nochmal. Wer kommt hier? Autsch. Aber zum Glück kein Knochenbereich. Oh, die Wolken ziehen sich zusammen. Nur Schadene ritten, aber kein Knochenbruch. Aus. Geil. Es regnet. Also jetzt wird es aber an der Zeit. Das sollte aber hoffentlich reichen, jetzt hier das Ding zuzumachen. Na geil. Wie bei die Jungs von Outcast. Die neue Musikvideo. Hier ihre Bude bei Sturm. Was ich nicht am Reparieren sind. Ach, das kennt ihr doch alle. Das ist Jackson. Na komm, da kriegen wir schon hin jetzt. Das Ding zu bauen. Hallo. Hallo. Den Hammer. Komm. Das will ich jetzt fertig bauen. Und dann fange ich mir eben Stuppen ein. Dann fange ich mir eben Stuppen ein. Und dann fange ich mir jetzt auf. Und dann fange ich mir diese Haus. Dann fange ich mir jetzt. Dann fange ich mir eben an. Oh, wie ich schaff. Und dann fange ich mir jetzt. Oh, wie ich hier nichts. Bob, Bob, Bob. Ich muss ja echt genau gucken. Ui, da blutscht das aber hier. Ah, dunkel laufen. Mach ich eigentlich, ja. Oh, sag bloß, das ist immer noch nicht genug. Das ist doch ein Witz. Och, ernsthaft? Mann. Na, geil. Jetzt, wo es nachts ist, friere ich umso mehr bei dem Regen. Das heißt... Oh, gut, dass ich eh fertig hier bin. Mit dem Abdichten. Jetzt aber runter da. Ja, jetzt aber schnell. Okay. Komm, ich nehme mich mal schlafen. Vielleicht kriege ich den Regen so überbrückt. Ah ja. Es ist gerade nur nebelig geworden. Dankeschön. Ich weiß, was. Nee. Ich werde die schon drinnen bauen, die Treppe. Aber da brauche ich halt mal wieder Holz. Ja. Okay. Ich fäll mal auf dem Weg dorthin zurück. Ich fäll mal auf dem Weg dorthin zurück. Ich fäll mal auf dem Weg dorthin zurück. Aber noch nicht. Ich fäll mal auf dem Weg dorthin zurück. Ich fäll mal auf dem Weg dorthin zurück. Ich fäll mal auf dem Weg dorthin zurück. Warte mal, hier hacke ich noch ein bisschen Erde ab. Dann will ich gleich mal gucken, wie das aussieht, wenn wir das als Straße nutzen. Ich fäll mal auf dem Weg dorthin zurück. Dann kann man das eher als Straße nutzen. Ja, da lasse ich mir noch was einfallen. Nee, wobei... Na, ich glaube, wäre doch besser, wenn ich das... Einfach so eine natürliche Straße mit dem Rechen in Lego oder... Womit auch immer. Vielleicht gibt's noch besser... Vielleicht gibt's noch bessere Werkzeuge. Na, Peter Hacke wird's eh nicht bringen. Boah, ne... Boah, ne... Boah, ne... Boah, ne... Boah, ne... Boah, ne... ich weiß es einfach nicht besser also vielleicht sollte ich trotzdem aber mal zuvor Gras ernten wer weiß ach ernten vor allen Dingen wobei wofür wenn ich eh so 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 so